Musik Oh ja, dieser junge Mann war wirklich außer Rand und Band. Wenn man etwas bittet, reagiert er wahnsinnig schnell mit ziemlich viel Aggression. Er kickt gezielt in die Richtung des Menschen, er läuft einfach los, lässt sich nicht mehr bremsen und denkt nicht mehr nach. Auch mich hat er am Anfang der Stunde gleich mehrmals versucht zu treten. Leider habe ich das nicht auf Video, weil ich die Kamera wieder mal zu spät eingeschalten habe. Aber hier seht ihr das Ergebnis nach nur einer Einheit. Er kommt super brav hinein, er entspannt sich bei seiner Besitzerin, er möchte natürlich auch gefallen. Er beginnt wieder brav auf Körpersprache zu hören, reagiert auf das, was die Besitzerin möchte. Sie entspannt sich, er geht in den Schritt. Wahnsinnig schön, genauso so sein. Auch hier, sie galoppiert ihn an, er galoppiert, ohne Kicken, ohne Buckeln, ohne Bocken. Genau so sollte das eigentlich aussehen. Natürlich, am Anfang ist das sehr viel Arbeit und wir haben doch sehr vieles zum Gymnastizieren, das ist schon klar. Aber hier geht es in erster Linie um Respekt. Das heißt, er soll lernen, sich zu entspannen, runterzukommen und zuzuhören. Und genau das ist es, wo man einen wirklich guten Trainer braucht, der auf diese Dinge spezialisiert ist. Genau wir von Tricky Horse machen das. Wir helfen dir mit so einem Pferd wieder zu einer glücklichen Partnerschaft.